So, es geht rein! Riders Republic! Irgendwie hören wir Sachen. Ich hoffe es geht um. Ja, cool. Äh, Showdown! Super Doppelsprung, Fall legen, zielen und schießen, Sprung und Attacke. Keine Ahnung welches das beste Fahrzeug ist, ich nehme erstmal den Jaggernaut. Guck mal was der kann. Äh, der Showdown-Modus ist, man muss Blitze sammeln. Okay, das ist die Attacke. Die Attacke ist ein Boost. Man muss Blitze sammeln und die abliefern an den Gegnerrahmen. Okay, verstehe ich. Warum gibt's die Map nicht als Trick Map? Würde ich auch feiern. Äh, fahren alle die Dinger wahr. Oh, die Gegner fahren was anderes zum Schießen. Mal schauen, mal schauen wie es wird. Meine erste Runde Showdown kann nur schlecht werden. Da müssen wir die Sachen anscheinend ablegern. Ah, ich hab jetzt einen gerammt. Ich muss mal gucken, dass ich das hier abliefer. Achso, mit der RB muss ich die abliefern. Scheiße. Da muss mir natürlich auch einer sagen. Sonst weiß ich dann natürlich nicht. Und 13 ab. Ah, mein Team weiß nicht was ich tun soll anscheinend. Oh, sie muss die scheiße. Okay jetzt. Oh, bin gefahren. Oh, bin gefahren. Gut. Noch eine mal 10 abgeben, dann haben wir's. Dann haben wir's. und die aber gleich wieder mitnehmen also die attacke ist auch ein bisschen bloß was er nicht verkehrt mal wieder weggebracht ja der modus ist okay den habe ich ja gerade richtig den habe ich auch gerade haupts genommen das fahrzeug was wir das fahrzeug ist ja voll ich konnte noch abgeben oder? hat er mich jetzt gemailt der sack na der hatte mich gerammt oder? und dann haben wir noch einen weg gerammt oh nein jetzt wurde ich gerammt fick da war halt zurück wir sind nicht mehr in Führung wir sind nicht mehr in Führung das ist natürlich belastet wir sind in Führung abgegraben 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 und den auch noch abgegraben den hat wer anders gekillt den hat wer anders gekillt der modus fetzt doch ich gedacht dass das so gut wird Führung gebracht gar nicht da der will einfach bei unserem ziel leute flaxen nicht mit mir freundchen nichts von gab ich wurde abgeschossen die können halt schießen also die haben die mein gott also wenn du hinfällst ist dann scheiße das war eine von uns das schon wieder einer der uns zwei sogar nicht mit uns freundchen ich habe geschossen jetzt geht es um die west hat er schon wieder abgeschossen worden schießen einfach ab die schweine schade ich kann meine dinger nicht mehr abgegeben aber wir haben gewonnen das ist schon der modus das neue update war ganz cool wir haben gewonnen unser team hat sich gut angestellt gegner team waren bloß zwei sehr gut deine nummer ja